ja hallo hier ist wieder ein video von snake zockt ich bin auf griefer games ich öffne osterkisten 25 osterkisten habe ich mir mal gekauft und ja wir gucken uns das mal an ich bin hier gerade auf cb 22 der hat mir im letzten mal glück gebracht daher versuche ich das hier noch mal und mal gucken vielleicht klappt es hier noch mal so jemand zum spawn wo bin ich denn ja ach komm die jesus kann ich ja ausziehen ist ja gar nicht nötig so ok wir gucken erst mal was da drin ist ne da habe ich keine comedy kisten habe ich keine was es da so gibt kleine übersicht so 100 millionen das ist der absolute wahnsinn das ist weltrekord also weltrekord nicht aber griefer games rekord so viel gab es noch nicht bisher zu gewinnen und die tatsache dass das hier noch drin ist bedeutet dass noch niemand es geschafft hat die 100 millionen zu ziehen das heißt es ist noch möglich ja 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 ich weiß das ist so wahrscheinlichkeit wie beim lotto so ähnlich den jackpot zu kriegen 30 millionen auch sehr viel hacker schuhe osterfarbe ok interessant ok ambos recht osterschrift verzauberter spawner ok 24 spawner weiß graue ich hätte die doppelgraue lieber aber meinetwegen die weiß graue geht auch ich bin jetzt noch älter geworden also mittlerweile ist denn also weiß grau naja ne ist es bei mir noch nicht aber naja gut diamant amulett ok hacker schwert ja mal 20 millionen plot fliegen 180 tage wo auch zweite zeile signieren reinbruch schrift lgb lucky block ok ja komm wir kosten das mal ab da sind natürlich noch spawner genau ich glaube so mehr oder weniger alle spawner die es gibt rotzellot ist auch dabei genau so reicht gut dann wollen wir mal oder 5k für alle ja moin ja moin das fängt ja schon mal gut an ja nicht schlecht ja leute ich muss sagen ich habe da einen fehler gemacht deswegen melde ich mich noch mal hier ich habe im nachhinein gesehen dass es so richtig ist bei einem überfüllten server wird kein money drop gemacht und stattdessen gibt es eine neue kiste und das habe ich hier jetzt erstmal nicht gesehen und habe mich da großartig gewundert das habe ich jetzt ausgeschnitten dass ich mich da gefragt habe ob da irgendwie ein fehler war nein man sieht es jetzt hier glaube ich gerade im text hier auf dem bildschirm wird sie auch angezeigt warum und was und das jetzt nur zur erklärung was war das eben goldene hör mal jetzt enttäuscht du mich aber hör mal das ist jetzt aber hier jetzt wird es komisch sehr seltsam ok grundstein damit kann man was anfangen kann ich was anfangen naja lucky blöcke ok kuchen zum verschenken ja ja oder selber essen mal gucken weil ich noch nicht ohne anzeige jetzt anzeigen hauptmeister als oha oha ui knapp daneben barrieren ja barrieren muss man auch ehren naja so sieht es aus hasenküttel hausenküttel aha komm gib mir nein nicht dein ernst nicht dein ernst nicht dein ernst schade wird auch gut also heute ist irgendwie grundgesteintag kann das sein irgendwie ja oder ja ich meine schon lucky block okay gut hasenkürtel sind mit dabei 100.000 junge wem soll ich denn wem soll ich den ganzen kuchen schenken geburtstag ist schon vorbei was hat der hase denn für mich hier noch 100.000 ja spanner jawohl das geht doch mal klar oder spanner kann man immer gebrauchen alles klar es geht aufwärts nach ein paar tiefpunkten jetzt geht's oha ein paar spawn eier sind mit drin das brauche ich jetzt schon mal ja bitte nicht die plot fliegen drei tage ja weiß ich nicht ich habe jetzt gerade so kein bauprojekt wenn ich ein bauprojekt hätte weil das wahrscheinlich genau richtig aber wir gucken mal was noch drin ist na noch 14 kisten vielleicht sicher supreme dann kriege ich ja glaube ich zehn oder so gratis ist gar nicht drin oder ist so prima ist gar nicht drin in der hier oder kann das sein dachte ich gucke man gerade nee der ist gar nicht drin doch ist er okay erst noch drin na egal kommen also theoretisch könnte ich ein supreme anziehen und den da ist er da ist er kommt supreme rang zehn gratis kisten ja das ist ja wie bestellt hier das ist ja nicht zu fassen das glaube ich jetzt nicht ich sag das noch so aus scherz hä wie ist das denn ach so ja du kriegst ja keine osterkisten du kriegst ja keine osterkisten wenn du supreme rang ziehst du wenn du ihn schon hast du kriegst supreme kisten ist ja auch irgendwie logisch ist ja auch ja das ergibt schon sinn deswegen ja okay jetzt habe ich zehn supreme kisten zusätzlich wir gucken mal rein was in der supreme kiste drinnen ist pink weiße farbe doppelgrüne zehn bonze booster erst oder schmeckt das schmeckt hier oder schmeckt super das wäre der knaller oder ja verschiedene farben ja okay ja okay aber wir machen jetzt mal mit ostern weiter na ist zwar vorbei aber die kisten habe ich ja noch lucky block okay dann wird das längeres video weil den werde ich natürlich auch öffnen gleich aber eins nach im anderen weiter geht es hier mit der osterkisten aha oh ja hervorragend zehn leute bekommen 10k ja ist doch nicht schlecht oder ist noch nicht schlecht ja dann wer hat es wert und kriegt steht es hier da kenne ich da jemanden von machte da steht gar nicht hier also bei mir steht das nicht wer es gekriegt hat naja gut bei den leuten halt naja gut coole sache dann hat das zumindest der community schon mal was genutzt hier dass ich ja ein drachenei einstein drachen oh schön das ist das ist cool jetzt sehe ich das dummerweise nicht habe in mystery mod grad nicht aber das einstein drachen das soll besonders sein das soll auch selten sein habe ich gehört coole sache coole sache okay cool machen wir mal weiter kommen gibt mir 100 millionen es werde ich komplett großen waren sie nicht oder es ist irgendwie grundstein tag kann hat sein hier ich weiß nicht also ich habe jetzt sogar im moment kein bauprojekt irgendwie aber ja gut okay meinetwegen warum nicht kommen ach nicht so was kommen nicht so was dann lieber das okay das ist irgendwie schön aus grünes leuchtfeuer ja okay jetzt im moment nicht aber wenn ich mystery mod wieder hat dann sieht schön aus was haben wir hier 5k für alle ja das ist doch mal und dann wird es doch die weiße ach komm schon ach komm weiße farbe ich habe doch jetzt wirklich ich habe weiße farbe für na gut okay okay weiter wir gucken uns noch mal die 100 millionen an aber gerade aber dreimal schwarzer kater und so na ja ja ich weiß das hilft nicht aber ja mal gucken ja 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 schon klar ach nee komm nicht dein ernst nicht dein ernst nicht dein ernst grüne farbe leute was ist denn da wieder passiert die waren ja so vor ewigkeiten mal als ich bei griefer games anfing waren diese farb kohls hier der letzte schreien und da hatte ich denn auch irgendwann alle und war glücklich und dann kamen wieder neue und dann kam wieder neue die sind schon also grüne farbe ist schon item das gibt schon sehr lange na ja alt heißt ja jetzt ja man hat es ist nichts besonderes mehr ich bin ja für das besondere für das seltene ja das ist nicht so selten das ist nicht so selten naja gut okay komm weiter geht's heute ist wirklich grundstein tag oder was meint ihr haste grundstein tag oder unter das video je nachdem er zu gewinnen gibt es nichts aber einfach so nein junge ja okay das wirken das wäre der knaller gewesen oder das wäre der knaller gewesen also deshalb ich habe nicht mehr so viel platz ich kann mir ja eben die rüstung anziehen jetzt habe ich wieder platz okay komm das sind schöne sachen hier gerade junge lucky block ich weiß nicht ja okay gelacht ja lucky blöcke sind jetzt ja man ich gehe mal davon aus dass das ein positiver lucky block ist obwohl bei denen sieht man das gar nicht der ist allgemein das könnte beides sein hier sind auch lucky blöcke drin in der supreme kiste ok ja die app nutze ich nicht aber egal naja nice to have sag ich mal so booster ja die kann man immer gebrauchen 50k ja klar immer immer her damit kann man durchaus mal 25 booster das wäre mal was jetzt bitte kein andere block ja ist mir auch lieber ist mir auch lieber nachher habe ich wieder zerstörungen auf meinem plot mag ich mal so gar nicht ich meine ich öffne nicht offen auf meinem schönen plot naja das ist natürlich klar aber auch nämlich ganz so schön muss ja auch nichts beschädigt werden aber jetzt kommt doch der andere block pass auf ultra andere block ja moin ja moin ja man weiß es nicht 5 bar ja das ist natürlich jetzt so wie ein kopf oder sogar noch schlechter weil ihr dem welcher kopf das ist es ja sogar mehr wert aber ja ja gut ok ja die app nutze ich rand slot was ist das denn ach so doch ja doch ich habe davon gehört ich habe davon gehört ich habe es noch nicht ausprobiert aber ich habe davon gehört ja das ist mir alles zu speziell das sind alles so sachen die diesen schön wenn man so hat aber so ich glaube nicht dass das sind die ich die jemals gebrauchen werde aber kann man ja weiterreichen weiterverkaufen oder genau oh ja die app habe ich auch nutze ich auch doppel gut hey ja hallo jetzt wird es interessant ja cool doppelgrüne farbe alles klar das ist doch was wo ich farblich sagen würde ja kann man sich finde ich jetzt farblich ganz okay finde ich farblich ganz schön ja es gibt schönere farbverläufe klar aber das geht doch in ordnung so weiter die hasenpfote ne haarige tatze ist auch gut von wuki noch meine güte ist aber schon was älter dann seit 2020 gibt es das ui clan sondercodes das ist jetzt ich habe ja kein clan ich bin nicht in einem clan für mich jetzt nicht ganz so relevant aber es gibt da bestimmt bestimmt leute die das gebrauchen können was so das wäre was hier money kiste 1 deck money kisten schade das bauen ein so noch mal so kisten Habe ich jetzt aus Versehen eine Osterkiste aufgemacht? Oh Mann, wollte ich gar nicht. 50k, okay. Letzte. Neue, bessere Kartenschere. Jetzt muss ich erstmal Sachen wegbringen. Die beiden letzten Osterkisten, auch hier. Lucky Block. Ein Bonzo Booster, naja immerhin. Besser ist gar keiner. So, letzte Kiste. Spannender Moment. Oh, was ist das denn? Iced out Ei. Was ist es? Zombie. Nein, den krieg ich nicht mehr. Osterhasenkürtel, komm. Oder doch das Ei? Nein, knapp daneben. Knapp daneben. 25k Bargeld. Ja, okay. Ja, okay. Ich muss sagen, das ist schon, das ist interessant. Es hat sich gelohnt. Das war natürlich jetzt nicht die 100 Millionen, das wäre ein bisschen viel gewesen. Das wäre ein bisschen viel verlangt gewesen. Aber hey, das geht völlig in Ordnung. Na, es war spannend. Und, aufgrund des Supreme Rangs, 10 Supreme Kisten extra. So Leute, das war das lustige Kisten öffnen. Wir sehen uns in Teil 2, wo ich die Lucky Block öffne. Also, bis dahin. Tschüss, euer Snake. Also, das war das lustig. Vielen Dank.